Bei Temptation Island VIP lief es für Julia Siegel und ihren Partner Ludwig bisher eigentlich richtig rund. Obwohl beide im Experiment mit jeder Menge Versuchungen konfrontiert wurden, war von Eifersucht keine Spur. Doch das ändert sich schlagartig. Neue Aufnahmen von Ludwig treffen bei Julia einen Nerv. Er amüsiert sich mit den Frauen und spricht über sexuelle Vorlieben. Gegenüber Moderatorin Angela Fingererben erzählt Julia auch, Gespräche mit Promi-Dame Steffi hätten ihr die Augen geöffnet. Sie kann Ludwigs Verhalten nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Nach den Videoaufnahmen zieht Julia Fazit. Was ich gesehen habe, ist nicht der Mann an meiner Seite. Das ist nicht 100% Vertrauen, das ist nicht 100% Liebe. Für mich ist das, was ich gesehen habe, der Anfang vom kompletten Ende. Julias taffe Fassade bröckelt zunehmend. Wie wird es wohl mit ihr und Ludwig weitergehen?